Diese zwei Kartuschen. Und das hat man sicher nicht vergessen zum Ausmeißen. Aber wir haben vom Dokument gewusst, zur Zeit von Ramses II. später, als Nachfolger um die Zeit 1300 v. Chr., Ramses II. hat in dem Tempel hier restaurieren lassen. Und wahrscheinlich die Künstler von Ramses, sie hatten die Namen von Hatschepsut wieder eingraviert an den Säulen. Und man sieht woanders selten die Namen von Hatschepsut wie hier gut erhalten. Ihre Kartuschen. Sehr schön auch der Blick.